ARD Text im Auftrag von Funk Passiert. Power. Power ist unwichtig. Ich würde tatsächlich da oben reingehen. Wohin? Ach, wir verteidigen. Oh mein Gott. Wir verteidigen. Ja, also ich würde hier oben angreifen. Sag mir so. Oh fuck, ne Waffe. Nein, 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 nein. Alter. I think I hear steps at beach. Press X to communicate. If you got a microphone. Beach? Beach, eh, jungle too. Breach, jungle. They're already inside. Two guys, jungle. Alter, der neben mir ist einfach tot von, wo das sind? Hm? Ja, fuck. In the water. How OG darf es wieder dabei? Then we're made? Ja. Der sagt gar nichts mehr, ne? Der hat, der war doch mal gesprächiger. Ja. Der flug mit tschüss. Plan siehst du auf der einen Seite die Sitze und auf der anderen Seite die... Ja, auf jeden Fall ist die Map richtig, äh, cancer, glaub ich. Die ist sehr klein, ne? Zu verteidigen. Vor allem hier dieser Eingang in der Mitte. Was soll das denn? Verteidigt das mal. Junge, warum haben wir denn gefühlt gar keine Waffen mehr eigentlich? Das ist doch gerade mal die zweite Runde. What the fuck? Ach, kacke, gelegert. Wo können die denn rein? Checkpoint. In der Mitte. Ach, da, ich seh's. Checkpoint. He's hurt bad at Checkpoint. Catch him. Got him. Kitchen? Was ist mit Kitchen? Entschuldigung. Ne, Checkpoint. Auch. Kitchen. Okay, einer ist noch am Checkpoint auf jeden Fall. Okay, der ist auch tot. Ah! Irgendwer wurde gesappt. Oh, fuck. Wo? Wo? Ja, bei der Bombe. Bombe. Kannst direkt durchschießen. Kannst wallbanken. Also, ich hab auch oben gesehen, die Schüsse gingen durch, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob man durch Objekte einfach wallbanken kann, oder ob man durch alles wallbanken kann. Oh. Gockst du dich ans Fenster da? I go to storage. Bei den Silos? Äh, Freda. Ja, nee. Ich geh zur Tür und, äh, schreck mal das ab. Ich hock mich zu dir in Silos. Da hinten ist die Power. Du flairst in die Mitte. Power ist da hinten. Ich bin da überlegen. Machst du da hinten vielleicht Flair und ich flair zur Bombe? Dann gehst du hoch? Ich hab zwei Flares. Dann flair ich nochmal die Ecke hier. Okay, da wo ich die markiert hab. Dann flair ich nochmal Richtung Strom. Kannst du den Notfall nochmal neu werfen? Ach ja, da. Ach man kann die aufheben? Die Gegner auch? Weiß es gar nicht. Als Gegner hab ich das noch nie probiert. Pass auf, da ist immer noch die rote Tür direkt bei uns oben, ne? Beat, pass auf! Ich hör Steps. Silos ist unser Call. Steps und Silo. Oder war das der Mate? Weiß ich quasi. Nee, unter uns. Dude, what the fuck? Er schmeißt hier einfach Feuer hin. Silos! One outside storage. Silos! Hab ihn! One outside storage still. Er kommt links, 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 Timo. Ja, ich bin down. Shotgun. Oh, what the fuck, Alter! Ich hab dem ins Gesicht geschossen. Er holt mich mit der Shotgun. Stopp. Ja, mich auch. Ich hab halt draußen noch Wallbang. Ich glaub, das hat nicht funktioniert. Zwei gegen drei. If they are defusing, you can turn off the lights and, uh, there is a flash, uh, there I think. Yo, der ist so krank, Alter. Oh, der ist so krank, Alter. Oh, der ist so krank, Alter. Oh, der ist so krank, Alter. Very nice. Das ist mit dem Licht aus, Alter. Alter. Zum Glück habe ich da die beiden Flares hingedroppt. Ja, die Flares sind halt echt geil. Wollen wir einfach hier lang gehen? Den dümmsten Weg? Die dritte haben wir halt, die easy gekleppt. Mit dem Sniper-Duel. Aber die Duff haben wir halt verloren. Sorry, ich hab dir so in den Rücken geschossen. Sorry, OG Duff. Okay. He's lit. Two by a D-Day door. All one fell in the lab. Dipper down. One in the bushes. At the beach. Not dead. I think you can defuse. One in the beach. Good chill. Ach, scheiße. Also, die können halt den Checkpoint so krank verteidigen. Ja, gut, zwei Türen. Also, das Ding ist, Da können wir direkt zur Bombe. Also, da kannst du wirklich durchschießen. Will be interesting in the next round. Who got the clicker? Hast du nicht den? Ich hab dort charge. Ah, Chris. Oh mein Gott, Chris hat den clicker. Äh... Ach, wir haben... Heißt, wir haben noch zwei clicker. Don't walk into fire. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Ah, einmal ums Eck drumherum. Mhm. Junge. 20 Splendgranaten da rein. Ah, fuck. Hinter uns. Scheiße, ich konnte die gar nicht werfen. Ich hab gedacht, ich hab die noch geworfen. Äh... Jetzt liegt die da auf dem Boden. Alter, der Rasse, der kommt halt aus. Der Chris Boy. Ja. Oh mein Gott, Chris Boy. Defuse, defuse. All dead. Very nice, mate. Der hat auch noch den clicker. Das heißt, wir haben noch eine wallcharge. Geil. Lass einfach da durchgehen und dann direkt zur Bombe. Mhm. Du kannst die Nachtvision nehmen, weil es auch der letzte Runde ist. So. I will try to smoke the Bombe. Das wird jetzt richtig gewagtes Unterfangen, Alter. Dass da nichts zu suchen hat. Oh nein, ich kann nicht durch diese Befestigung. Nein. Der ist aber drüber. Ich bin defusing. Sniper on... Sniper on... Sixty Prozent. Junge, ich hab die einfach 60 Prozent runtergemacht im Smoke. Ich hab zwei... Ich hab zwei... Gab es noch... Ah, ich hab mal ein Kill. Oh nein. Nee, ich hab zwei Kills. Hahaha. Ach, die sind bei Storage, right? Bombe ist at 60 Prozent. You can smoke it and then... Bojigdark. It's so close, just... Get it off. Left, left, left. How do I do it? Left and then F. Go, 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 computer. Hold F. Oh, you're my hero. I've never defused a Bombe. Hahaha. But you're a Saber. Oh my God, it was so close, he shot you. Hahaha. Alter. Wieder ein Park fertig, Fred. Oh my God. Hab ich aufgenommen? Ja.